Das ist doch das Schöne an der Bundesliga, dass das nicht ist wie in Spanien. Die ganze Spannung reduziert sich darauf, ist es Barcelona oder Madrid, also bei allem Respekt. Also wir können stolz sein auf unsere Bundesliga, dass das so eng zugeht. Borussia Dortmund stellt sich da momentan sehr gut an. Man darf aber nie vergessen, dass es auch heute noch Klubs in der Bundesliga gibt, die über deutlich größere finanzielle Mittel verfügen als Borussia Dortmund. Insofern spricht das erstmal für die erstklassige Arbeit, die da geleistet wird. Aber ich denke, ein paar andere kommen da durchaus auch mit in Frage. Also ich denke, erstmal muss man sich großartig freuen, dass in der Bundesliga immer mehrere Teams deutscher Meister werden können. Das ist das, was die Bundesliga auszeigt. Seit vielen, vielen Jahren eben nicht wie in Spanien, nicht wie in England, wo nur zwei oder drei Teams die Meisterschaft unter sich ausmachen. Wir haben in der Regel immer vier, fünf, die es werden können. Wir merken in den letzten Jahren ist Dortmund und Bayern sind meistens dabei. Aber aufpassen, dieses Mal haben wir vier und das wird noch eine spannende Sache.